Hey Leute, hier ist wieder euer Herbert mit einem neuen Video zu Super Mario Bros. Wanderer. Wenn ihr das Spiel zu 100% abschließen wollt und in dem Level alle wundersamen Blütenmünzen und geheimen Ausgänge finden wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Nach dem Intro geht's los. Viel, viel Spaß! Dieses Video dreht sich um das Level Wildleben in der Kegelbahn und ich denke mal, mit am kompliziertesten ist, dieses freizuschalten. Ihr seht hier diesen großen Fragezeichenblock. Wenn wir die drei Schalter hier in der wolkenlosen Wüste aktivieren, dann öffnet sich das Tor und der Weg zum Level ist frei. Wir kriegen in diesem Level drei Blumenmünzen und zwei Wundersamen und ich zeige euch, wie ihr an diese natürlich alle auch noch rankommt. Gleich nach Start des Levels kommt hier oben eine dieser Stachelkegel einmal herunter. Dort oben seht ihr sie schon. Die erste der drei Blumenmünzen. Ein beherzter Sprung und die ist eure. Kurz darauf machen wir Bekanntschaft mit einem neuen Gegner. Diese Art Geisterkettenhunde, die wir hier ziehen können, damit sie losrennen. Und wir schalten die Secret Area frei, in der wir die zweite Blumenmünze finden. Nach der Speicherfahne startet dann der Wundertrip, wenn wir die Wunderblume einsammeln. Dazu müssen wir hier rechts einfach nur nach oben springen, den Weg ein Stück zurücklaufen. Ihr habt sie auf dem Weg schon gesehen. Und sie einmal aktivieren, um den Wundertrip zu starten. Hier müssen wir fünf Blumenteile finden und rennen immer vor einer riesengroßen Stachelkegelkugel weg. Ab und zu können wir diese ausweichen und rüberspringen, um dann ein bisschen Zeit zu gewinnen. Aber ihr solltet auf jeden Fall die Beine in die Hand nehmen und die fünf Blumenteile einfangen. Zum Schluss erhalten wir dann den ersten der zwei Wundersamen. Die dritte und letzte der drei Blumenmünzen ist dann eigentlich nicht zu verfehlen. Ihr seht sie hier. Wartet einen Moment, bis der Kegel vorbei ist. Und dann könnt ihr sie ganz entspannt einsammeln. Zum Schluss noch ein beherzter Sprung oben auf die Fahne. Auch hier habt ihr genug Zeit. Level zu 100% abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Herr Arbeit bedankt sich wie immer fürs Zuschauen. Sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.